La Miera – Urban Hightech Glasiertes, retifiziertes Feinsteinzeug in zwei Farben und zwei Oberflächen für eine Kollektion von starkem Charakter und großer Persönlichkeit. La Miera als zeitgenössische Architektur, als Streetlife, als urbane Zweckmäßigkeit. Inspiriert von einem Material, das die Zeichen der Zeit und die Energie der Zukunft in sich trägt. Eine Serie, die maximale planerische Freiheit bietet, um Oberflächen unterschiedlichster Art zu charakterisieren. Von der zartesten und elegantesten Atmosphäre bis hin zu Grunge und Trend. Egal wo, ausgefeilte Farbtöne, die zu einer starken Ausdruckskraft werden. La Miera ist in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm retifiziert, sowie in zwei Farben, Grau und Braun, mit Natur, Matt und anpolierter Oberfläche erhältlich. Die Dekore variieren von Platten in dreidimensionale Texturen für eine starke Charakterisierung der Räume bis hin zu großen Mosaiken mit sechseckigen Steinen, bei denen Lastra und La Miera in zweifarbigen Kombinationen von großer Wirkung abwechseln. Völlig unterschiedliche Stimmungen und Stile für grenzenloses Urban Hightech.